Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt heute einen XXXXL Mega Drogerie Haul. Also ich habe in den letzten paar Monaten gar nicht so viel in der Drogerie geshoppt und in den letzten zwei Wochen bin ich irgendwie sowas von durchgedreht und habe extrem viel gekauft. Da ist aber auch so ein bisschen so Haushaltsprodukte dabei, jetzt nicht so viel, vielleicht so zwei, drei. Aber ich dachte, das wäre mal was anderes. Das habe ich noch gar nie gezeigt. Vielleicht ist es für die einen oder andere ja auch interessant. Und ich bin mir zu 95% sicher, dass dieses Video wieder ewig lang sein wird. Deswegen habe ich hier auch schon meine Tasse stehende mit Tee drin. Das ist nämlich meine momentane Lieblingstasse. Jetzt müssen wir schauen, dass ich hier nichts verschütte. Und zwar steht da drauf, fresst meinen Sternstaub, ihr Langweiler. Und die fand ich so süß, die gibt es bei Nanunana. Und ich glaube, die dürfte es auch noch geben. Und da ist jetzt mein Tee drin. Und ich würde euch auch empfehlen, dass ihr euch irgendwie Tee, Kaffee, irgendwas schnappt. Ja, damit ihr dazwischen drin euch ein bisschen stärken könnt quasi. Denn wie gesagt, ich weiß, dieses Video wird wieder ewig lange. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Und dann fange ich auch direkt schon an mit den Haushaltssachen. Und zwar habe ich mir einmal einen Weifspüler gekauft. Und zwar von der Marke Blink Luxury. Das ist die Eigenmarke von Müller. Und ich finde, es ist gar nicht so einfach, so diesen perfekten Weichspüler für einen zu finden. Weil es gibt auch viele, die stinken einfach. Und die riechen unangenehm. Die riechen zu künstlich. Und viele verfliegen direkt nach dem Waschen wieder. Also davon hat man eigentlich auch irgendwie nichts. Und das ist jetzt der in der Duftrichtung Sweet Freesia für federweiche Wäsche. Und es gibt zwei verschiedene Duftrichtungen. Und die fand ich jetzt richtig gut. Gerade jetzt für den kommenden Frühling. Weil es einfach so richtig schön blumig riecht. Das riecht richtig schön frisch, blumig. Echt nach Frühling. Und auch nicht so, dass man jetzt irgendwie Kopfschmerzen bekommt oder einem übel wird. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt, den auszuprobieren. Dann war bei Müller mein Waschmittel im Angebot. Und zwar benutze ich immer das von Per Woll. Das ist in der roten Verpackung. Das ist das V-New 3D Color für Farbintensität, Farbtreue und Leuchtkraft. Und immer wenn das im Angebot ist, nehme ich mir das mit. Weil man Waschmittel eigentlich immer gebrauchen kann. Dann habe ich hier so ein Raumspray mitgenommen. Und zwar ist das auch von der Blink Luxury Reihe. Also auch von der Müller Eigenmarke. Und zwar ist das ein Air Freshener. Da gibt es auch zwei verschiedene Duftrichtungen. Das eine war, glaube ich, so eher blumig. Und das ist jetzt der in der Duftrichtung Cool Breeze. Und soll eben Gerüche neutralisieren. Finde ich ganz gut. Zum Beispiel auch für das Bad. Oder zum Beispiel bei mir ist ja die Küche in meinem Wohn- und Schlafzimmer integriert. Also ich habe keine abgeschlossene Küche, was mich manchmal extrem nervt. Weil man gerade im Winter eben nicht ständig lüften kann. Sonst wird es eben richtig kalt in der Wohnung. Und da ist eben so ein Raumspray ideal. Und da gab es auch einen Tester. Deswegen wusste ich auch schon, wie das riecht. Und das roch echt richtig gut und schön frisch. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich das einfach mal mit. Da es in Müller ja auch Alnatura gibt. Und ich glaube, das Sortiment ist in Müller sogar größer wie im DM. Könnte mich jetzt aber auch täuschen. Aber es sah zumindest so aus, als hätten sie mehr Produkte von Alnatura. Und ich da auch gerne Produkte ausprobiere, habe ich mir da mal so einen Coco-Drink mitgenommen. Das ist jetzt der in Natur. Es gibt auch noch zwei weitere. Und zwar in Mango- und Ananas-Geschmack, glaube ich. Und ich dachte, ich probiere das einfach mal aus. Weil man das momentan auch total oft sieht. Dass es so gesund sein soll. Und ich werde das jetzt auch einfach direkt mal ausprobieren, wie das denn so schmeckt. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, nach was das denn schmecken soll. Klar, nach Kokos, aber jetzt nicht so, wahrscheinlich nicht so künstlich nach Kokos. Weil das ja Kokoswasser sein soll. Ja. Kann man mal trinken. Aber ich muss ehrlich sagen, das wird jetzt nicht mein neues Lieblingsgetränk. Ich liebe Kokos. Ich liebe Kokos in allem. Also auch in Düften oder Kokosraspeln, meine Müsli, Kokos in Bodylotion und sowas. Aber das ist jetzt so Kokoswasser. Schmeckt, also ist irgendwie nicht so meins. Auf jeden Fall. Das zweite Getränk, das ich mitgenommen habe, ist auch von Alnatura. Und zwar ist das der Alnatura Eistee. Mit Geschmacksrichtung Zitronengras. Und soll mit Stevia gesüßt sein. Also nicht ganz so süß sein. Hat auch nur 17 Kalorien pro 100 Milliliter. Und so ein ganz stinknormaler Eis. Die hat ja glaube ich schon über 40 oder so. Und Zitronengras könnte ganz erfrischend sein. Der ist jetzt halt nicht gekühlt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der gekühlt wirklich super schmeckt. Jetzt mache ich das auch mal auf und probiere das mal direkt. Es riecht auf jeden Fall wirklich sehr erfrischend. Schmeckt richtig gut. Also nicht so extrem süß. Also zu süß. Was einem schlecht davon wird, wenn man da zwei Liter von trinkt. Und ich wirklich, ich könnte mir vorstellen, dass der gekühlt mit Eiswürfel und noch frischer Minze und so einer Zitronenscheibe im Sommer richtig gut schmecken könnte. Und das waren jetzt alle Haushaltssachen, die ich gekauft habe. Und jetzt komme ich auch schon zur Pflege bzw. zur dekorativen Kosmetik. Wobei ich jetzt schon so sagen kann, wenn ich mir das hier so anschaue, dass ich wirklich viel mehr Pflege gekauft habe wie dekorative Kosmetik. Und zwar war ich im DM und habe mir von Balea einmal dieses reinigende Handgel mitgenommen. Das ist eben so ein Handdesinfektionsgel. Und ist mit exotischem Kokosduft und ist eben super für unterwegs. Ist eigentlich ganz gut, wenn man so ein Handdesinfektionsgel immer dabei hat in seiner Handtasche. Ich habe es aber auch zu Hause und zwar benutze ich es immer dann, kurz bevor ich mein Make-up auftrage, weil man da viel mit den Fingern macht und sowas. Und ich einfach nicht will, dass da unnötig Bakterien in meinem Gesicht verteilt werden. Deswegen habe ich sowas immer zu Hause auf meinem Schminktisch stehen. Ich habe mir ein neues Shampoo und eine neue Spülung gekauft. Und zwar von der Marke Goul. Da habe ich mir jetzt einmal das Colorschutz- und Pflegeschampoo für koloriertes, getöntes oder gestrehntes Haar gekauft. Und mit Goul habe ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Ich fand die Produkte immer super, deswegen habe ich auch mit Darts wieder ein neues Shampoo ausgesucht. Und ich habe mir jetzt deshalb eines für koloriertes und getöntes Haar gekauft, weil meine Haarfarbe, wenn ich sie nicht richtig gut pflege, relativ schnell ausblutet. Und das will natürlich niemand dieses Problem haben. Da hatte ich mit meinen blonden, weißblonden, grauen Haaren natürlich nicht. Da gab es nichts, was ausbluten konnte. Und deswegen habe ich gedacht, probiere ich das einfach mal aus. Das ist mit Goji-Beerenöl. Und dann habe ich auch von Goul mir eine Spülung mitgenommen. Und zwar die Feuchtigkeitsaufbau-Nährpflegespülung. Die ist auch neu und das fand ich sehr interessant. Die ist mit Tucuma und Öl, was Tucuma ist. Habe ich noch nicht so ganz rausfinden können. Und was da drauf abgebildet ist, sieht so ein bisschen aus wie so eine Kokosnuss, wo so ein bisschen orange ummantelt ist. Also ich muss dann auch googeln, was Tucuma eigentlich ist. Und soll eben optimale Feuchtigkeit spenden und für ein seidiges, schmeidiges Haargefühl und extra leichte Kennbarkeit sorgen. Und bin auf jeden Fall schon gespannt. Also es riecht richtig gut. Es riecht so ein bisschen nach Urlaub und auch so ein bisschen nach Kokosnuss. Deswegen, ich will unbedingt wissen, was Tucuma ist. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Dann habe ich mir zwei Haarpflegeprodukte gekauft. Und zwar beide von der Marke Guts2B. Und zwar einmal dieses Produkt. Das ist das modellierende Gel aus der Glam Force Reihe. Und die ist auch neu. Und das ist jetzt eben ein Gel, was 48 Stunden Halt verspricht. Leichte Stylbarkeit und kein Verkleben. Und passend dazu habe ich mir auch das Haarspray gekauft. Ultra Halt Haarspray, 48 Stunden Halt, kein Verkleben und Anti-Frizz. Dann habe ich mir ein Körperpeeling gekauft. Und zwar von der Marke Kneipp. Das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal nachgekauft, weil ich das echt gut finde. Und zwar ist das das verwöhnende Creme-Öl-Peeling mit Camelie und Argan. Ich weiß jetzt nicht so genau, was Camelie sein soll. Ist ein sanftes Zuckerpeeling und eine nähernde Ölcreme. Und soll für eine außergewöhnlich zarte Haut sorgen. Und ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass dieses Peeling nicht in so einer Tube kommt. Oder in so einem Tiegel oder sonst irgendwas. Weil das Ganze ein bisschen unhandlich ist. Wenn man hier ist zwar so, man kann sie zwar also aufziehen. Aber manchmal funktioniert das ja nicht. Und dann braucht man eine Schere. Und im Bad hat man ja meistens irgendwie keine Schere zur Hand. Und da sind auch nur 40ml drin. Ich finde es halt ein bisschen unhandlich, auch in der Dusche. Vor allem, weil da ganz leicht auch Wasser reinkommen kann. Je nachdem, wenn man es nicht sorgsam irgendwie aufbewahrt und so. Deswegen fände ich es ganz gut, wenn Kneipp da irgendwie die Verpackung ein bisschen ändern könnte. Auf jeden Fall. Das Produkt an sich finde ich echt gut. Also normalerweise mag ich solche Zucker-Peelings gar nicht. Weil die für meine Haut einfach zu grob sind. Und einfach meine Haut irgendwie extrem röten und reizen. Und das ist bei dem auf keinen Fall der Fall. Weil da gleichzeitig wie so eine, da steht ja vorne drauf, nährende Ölcreme dabei ist. Und das riecht extrem gut und sanft. Und deswegen kann ich das euch auch auf jeden Fall empfehlen. Standardmäßig habe ich mir im DM auch wieder meine Baby Young Care 5 in 1 pflegt. Wegen der Reinigungstücher mitgenommen. Es gibt auch noch die weißen, aber ich bevorzuge die blauen. Die sind super. Das sind für mich die besten Reinigungstücher in der Drogerie, die ich bisher ausgetestet habe. Die sind einfach gut mit Make-Up-Entferner getränkt. Weil wenn sie jetzt zu trocken sind, habe ich das Gefühl, dass ich mein Make-Up gar nicht abbekomme. Sie riechen gut. Ich kriege davon keine Pickel, keinen Ausschlag. Deswegen kaufe ich die immer, immer wieder nach. Und von Neutrogena gibt es jetzt die neue Hydro Boost Reihe. Und da gibt es auch solche, ja, solche Aqua Reinigungstücher. Ich finde ja die Farbe von der Verpackung richtig, richtig cool. Und es soll mit Hyaluronsäure sein. Spendet Feuchtigkeit und entfernt selbst. Wasserfeste Mascara für spürbar geschmeidige Haut. Und ich habe jetzt schon so, so viel Gutes auch von dieser Neutrogena Hydro Boost Reihe gehört, dass ich da einfach neugierig war. Und ich dachte mir, ich probiere jetzt auch mal einfach die Tücher raus und schaue, ob die was bringen. Und aus derselben Reihe habe ich mir einmal das Hydro Boost mit Sellenwasser mitgenommen. Das soll auch Feuchtigkeit spenden. Entfernt Make-Up und erfrischt. Für spürbar geschmeidige Haut ist auch mit Hyaluronsäure. Habe ich jetzt schon einmal ausprobiert. Das war gestern Abend, weil ich da einfach so neugierig war. Ich wollte das einfach mal testen. Aber ich finde, so nach einmal ausprobieren kann man da bei Hautpflegeprodukten noch gar nicht wirklich viel sagen. Ich kann schon mal sagen, dass es in den Augen nicht brennt. Dass nichts gegrötet war, dass sonst irgendwas ist natürlich schon mal ein Pluspunkt. Aber ob es jetzt irgendwie wirklich die Haut auch nachhaltig Feuchtigkeit spenden soll, kann ich natürlich noch nicht sagen. Von Balea habe ich mir einmal aus der Beauty-Effekt-Reihe solche Augen-Gel-Pads mitgenommen. Die sollen kühlen und erfrischen und eben gegen Schwellungen sein. Und hat so einen Aufpolstereffekt, da Hyaluronsäure enthalten sein soll. Eigentlich halte ich von diesen Augen-Gel-Pads nichts. Und ich frage mich gerade, warum ich es dann eigentlich gekauft habe. Aber ich war irgendwie neugierig und dachte mir, vielleicht gibt es ja doch solche Augen-Gel-Pads, die hier wirklich was bringen. Weil die, die ich in der Vergangenheit ausprobiert habe, haben bei mir einfach nichts gebracht. Und die waren auch gar nicht mal so teuer. Deswegen habe ich mir gedacht, gebe ich denen jetzt einfach mal eine Chance. Auch von Balea habe ich mir so eine 7-Tage-Wendeskur mitgenommen. Ausgleichend und verwöhnend für eine strahlend frische Haut. Das hört sich natürlich alle so super an. Und zwar, wenn man das hier aufmacht, sieht man, dass hier solche Ampullen drin sind. Und Ampullen wären ja momentan gerade so in dieser Beauty-Welt extrem gehypt. Vor allem die von Barbour, die ich so, so gerne ausprobieren würde. Vor allem diese Glow-Boost-Ampullen. Aber ich dachte mir, ich taste mich jetzt erstmal so im günstigeren Segment an diese Ampullengeschichte ran. Bevor ich mir gleich so, gleich so mega teure hole. Und dann irgendwie nicht damit zurechtkomme. Oder, keine Ahnung, die dann vielleicht doch nicht benutze. Und das ist eben so eine, ja, eine Kur, die man eine Woche lang, jeden Tag so eine Ampulle benutzt. Und es sind drei verschiedene Ampullen drin. Nämlich Feuchtigkeitsampulle, eine Antistress-Ampulle und frische Ampullen. Und da steht auch immer drauf, an welchem Tag man welche Ampulle benutzen soll. Also an Tag 1 und 2 die Feuchtigkeitsampulle, an Tag 3 die Antistress, an Tag 4 auch die Antistress, Tag 5 die frische Ampulle und so weiter. Und das hört sich alle so super an, was da hinten drauf stand. Und ich fand das irgendwie cool mit den Ampullen und so. Auch von Balea habe ich mir einmal solche Feuchtigkeitskonzentrat-Kapseln gekauft. Und zwar sollen die Trockenheitsfältchen mildern. Und ich hatte einfach irgendwie Bock, das auszuprobieren. Man sieht, ich habe da schon zwei Stück verwendet. Und ich kann wirklich schon sagen, nach zwei Anwendungen, dass die wirklich toll Feuchtigkeit spenden. Aber nicht so extrem, dass man davon irgendwie speckig oder zu glänzend aussieht. Oder dass dann nach öliger Haut ausschaut. Und ich benutze das immer abends. Also bevor ich schlafen gehe, ich reinige mein Gesicht, dann trage ich meinen Toner auf. Dann kommt so eine Kapsel, die breche ich mir dann auf oder schneide das vorne ab. Ja, trage das auf und lasse das erst so ein bisschen einwirken, weil das wirklich schon extrem Feuchtigkeitsspenden ist. Und je nach Bedarf, wie meine Haut an dem Tag ist, ob sie jetzt mehr trocken ist oder mehr so ausgeglichen Mischhaut, trage ich dann noch meine Pflege oben drüber auf. Und bisher finde ich die wirklich super. Ich kann jetzt nichts Nachteiliges sagen und werde die auf jeden Fall weiterhin verwenden. Und dann habe ich mir von Balea auch solche Augenkonzentrat-Kapseln gekauft. Und zwar sollen die intensiv glättend sein. Sind mit grünem Tee-Extrakt und habe ich auch, wie man sehen kann, schon zweimal benutzt. Und da kann ich sagen, dass ich da jetzt noch keinen merklichen Effekt spüre. Also die Konsistenz ist sehr angenehm, man merkt auf jeden Fall, dass die Feuchtigkeitsspenden sind. Aber da habe ich jetzt noch nicht so den Effekt gesehen, diesen merklichen Effekt, wie bei diesen Feuchtigkeitskapseln hier. Aber ich werde trotzdem die hier weiterverwenden. Vielleicht dauert das ja immer so ein bisschen Zeit, bis man da so einen Effekt sieht. Bei Müller habe ich mir noch vier Gesichtsmasken mitgenommen. Und zwar einmal von der Müller-Eigenmarke. Die nennt sich Cadea Vera. Bisschen schwer auszusprechen. Und zwar ist das die Anti-Pickel-Maske mit Salicylsäure und Zink für unreine, ölige und Mischhaut. Und soll eben eine reine Haut verleihen. Fand ich interessant. Ich habe von dieser Marke, von der Müller-Eigenmarke noch nie ein Produkt ausprobiert. Deswegen dachte ich mir, vielleicht ist das ja eine gute Maske. Ich gebe dir jetzt einfach mal eine Chance. Die sind ja auch nicht so teuer. Und dann habe ich mir aus derselben Reihe quasi noch diese Aktivkohle-Maske mitgenommen. Und ist mit schwarzer Aktivkohle, Blaubeerextrakt und Tonerde. Auch für eine unreinige, ölige und Mischhaut. Und soll eben Porn tief die Haut reinigen. Und so Aktivkohle soll eben wirklich den Schmutz oder den Dreck aus den Poren rausziehen. Fand ich auf jeden Fall interessant und bin schon gespannt, die auch zu probieren. Ich glaube, die werde ich heute Abend schon mal direkt auftragen. Dann habe ich mir einmal so eine reichhaltige Maske mitgenommen. Und zwar ist die eigentlich so gedacht für Leute ab 50. Also steht hier auch drauf, 50 plus. Mir war das egal. Ich habe gedacht, das hört sich interessant an. Ich probiere das einfach mal aus. Und zwar ist es so eine Zwei-Phasen-Maske. Denn einmal ist hier unten so eine Essenz drin. Also intensiv gepflegte, aufgepolsterte Haut. Man trägt zuerst diese Essenz auf und dann die Maske. Weil dann die Maske mit der Essenz zusammen besser wirken kann. Zumindest steht es hinten so drauf. Und soll eben die Haut aufpolstern. Also füllt die Feuchtigkeitsdepots in der Haut wieder auf. Und hat einen Skin Radiance-Komplex. Unregelmäßigkeiten werden reduziert für ein ebenmäßiges Erscheinungsbild. Blablabla, was man natürlich immer alles haben will. Und ich fand das eben mit diesen Zwei-Phasen so interessant. Von der Marke Sante, die es ja auch im Müller gibt, habe ich mir ein verfeinerndes Soft Peeling mitgenommen. Soll ohne Mikroplastik sein, was ich natürlich super finde. Weil Mikroplastik ja die Haut schädigen soll. Also kein Mensch möchte sich irgendwie Plastik im Gesicht verreiben. Ist mit Bio-Aloe Vera und Chia-Samenöl. Reinigt und tief schenkt ein ebenmäßiges Hautbild. Und ist vegan und ist eine Naturkosmetik. Tierversuchsfrei. Und das hat sich irgendwie alles so toll angehört. Deswegen, ja, habe ich da einfach gute Hoffnungen, dass es ein super Peeling ist. Weil ich da momentan auch auf der Suche nach einem neuen Peeling bin. Wir sind noch lange nicht fertig mit den Pflegeprodukten. Ihr merkt, ich bin da so ein bisschen eskaliert. Auf jeden Fall habe ich mir auch von der Müller-Eigenmarke so eine Vitamin-Booster-Ampulle mitgenommen. Und zwar ist die mit Vitamin E, Pro-Vitamin, B5 und Mineral-Komplex. Es versorgt pflegebedürftige Haut mit erfrischender Feuchtigkeit und vitalisierende Mineralstoffe. Trockenheitsfältchen werden gemillert. Ein Mineral-Komplex aus Kupfer, Magnesium und Zink schenkt der Haut neue Vitalität und stimuliert so die Zellerneuerung. Und dann habe ich mir nochmal so eine 7 Tage Ampullenkur gekauft. Und zwar diesmal nicht von Balea, sondern von der Müller-Eigenmarke. Auch von Catea Vera. Und zwar ist das die 7 Tage Anti-Pickel Ampullenkur mit Norma C. Das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Salicylsäure und Zink für unreine, ölige und Mischhaut ausgleichend und normalisierend antibakteriell. Und zwar sieht das Ganze so aus. Also so ähnlich wie das von Balea. Geht auch eine Woche lang. Bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, ob das denn was bringt. Und ich hoffe, dass es nicht ganz so austrocknend ist. Denn leider sind solche Anti-Pickel-Produkte austrocknend und ein bisschen reizend. Ich hoffe, dass das hier nicht so ist. Das nächste Produkt ist auch von der Müller-Eigenmarke. Und zwar sind das die hautverfeinernde Clear-Up-Strips. Entfernen gründlich mit Esser und Hautunreinheiten. Für normale Haut und Mischhaut. Poren tief reine Haut. Das sind jetzt 6 Stück drin. Und sind für Stirn, Nase und Kinn geeignet. Und ich habe damals mal welche, glaube ich, von Essence ausprobiert. Die haben irgendwie nichts gebracht. Und die waren jetzt nicht so teuer. Deswegen habe ich gedacht, gebe ich denen einfach mal eine Chance. Vielleicht bringen die ja was. Das vorletzte Pflegeprodukt ist von der Marke Hildegard Braugmann. Und ich finde die Produkte von Hildegard Braugmann wirklich sehr, sehr gut. Ich habe da wirklich schon einige ausprobiert und getestet und wurde auch noch nie enttäuscht. Und Hildegard Braugmann bekommt natürlich auch im Müller. Und zwar ist das aus der Winter Season. Der Lippen-Balsam mit Lichtschutzfaktor 30. Intensive Pflege und UV-Schutz Wohltum bei trockenen Sprühlippen. Ideal für den Wintersport. Ich mache keinen Wintersport, aber deswegen kann ich es natürlich trotzdem benutzen. Und zwar sind da 15 Milliliter drin. Die Tube sieht einmal so aus. Finde ich eigentlich ganz süß. In so rosa und goldener Schrift und so. Habe ich auch schon ausprobiert. Und ich finde das richtig, richtig gut. Also das ist kein Lippen-Balsam, was so unangenehm klebend auf den Lippen ist. Ich mag das gar nicht, wenn man was irgendwie auf die Lippen schmiert, damit sie nicht so trocken sind. Und dann klebt das überall und ich mag das gar nicht. Und das ist so schön. Das ist, wie wenn man sich so ein richtig tolles Öl auf die Lippen gibt. Und es spendet wirklich sehr gut Feuchtigkeit. Und das letzte Pflegeprodukt ist von der Marke Annemarie Börlind. Und Annemarie Börlind bekommt ihr auch bei Müller. Und zwar ist das einmal die 2 in 1 Black Mask. Intensiv Pflegemaske bei großborriger Mischhaut. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, die müsste hier eigentlich ideal für mich sein. Denn ich habe großborrige Mischhaut. Und zwar habe ich vergrößerte Porn in dem Bereich hier, also auf der Wange. Und das hat mich schon immer gestört. Und habe irgendwie nie so ein Produkt gefunden, dass das ein bisschen mildert. Und ich habe die Maske jetzt bestimmt schon 10 Mal ausprobiert. Äh, ausprobiert, was heißt ausprobiert, aber benutzt. Und ich kann euch wirklich sagen, ich finde die so, so super. Ich hatte erst Bedenken, dass es so eine Maske ist, die so richtig steinhart antrocknet. Denn ich finde, das ist manchmal echt so ein unangenehmes Gefühl, wenn dann die Hälfte irgendwie vom Gesicht bröckeln. Und ich finde das auch meistens zu reizend, zumindest für meine Haut. Das ist eine Maske, die trocknet minimal bis fast gar nicht eigentlich an. Und hat noch gleichzeitig so einen Peeling-Effekt. Ähm, also wenn man sie nur als Maske benutzen möchte, trägt man es einfach auf und wäscht das ganz sanft wieder ab. Aber wenn man noch dieses, äh, diesen Peeling-Effekt haben möchte, dann lässt man die erst so 15 Minuten einwirken. Nimmt dann ein bisschen Wasser und geht dann in kreisenden Bewegungen übers Gesicht. Denn da sind so kleine Kübelchen noch drin. Und dann hat man gleichzeitig auch noch, ähm, ja, einen Peeling-Effekt. Und, äh, ich habe wirklich gemerkt, dass meine Haut, äh, viel besser gereinigt wird. Also das zieht so wirklich ein bisschen den Dreck aus, den Poren. Und meine Poren hier in dem Bereich sind wirklich ein bisschen minimiert. Also, man kann von keinem Produkt erwarten, dass es jetzt die Poren ultra fein macht, dass man überhaupt nichts mehr sieht. Aber wenn man dann zumindest, äh, einen kleinen Effekt sieht und man merkt, okay, die Poren sehen nicht mehr ganz so groß aus. Und, äh, der, der Dreck ist auch draußen. Ich habe nicht mehr so viele Mitesser, nicht mehr so viele Unterlagerungen. Dann ist es doch ein super Produkt. Also ich bin echt begeistert. Das letzte Produkt ist ein Make-Up-Produkt. Und zwar von NYX. Das ist nämlich die Stroke of Genius Illuminating Palette. Und ich habe die vor ein paar Wochen bei Douglas gespotcht und habe mir damals noch eingeredet, Madeleine, du brauchst diese Palette nicht. Du hast schon genügend Highlighter und du brauchst sie nicht. Und dann ging die mir wirklich nicht mehr aus dem Kopf. Und, äh, ich hatte einen Gutschein von DM. Und deswegen dachte ich mir, muss ich mir die jetzt einfach kaufen? Ich brauche die jetzt. Und zwar ist das eine Palette mit sieben verschiedenen Highlighter drin. Und wer auf Highlighter steht, der soll sich diese Palette auf jeden Fall mal anschauen. Und ich finde die echt super. Und auch von der Pigmentierung her richtig klasse. Die sind nicht zu glitzerig. Das mag ich ja gar nicht. Da sind verschiedene Töne drin. Da ist zum Beispiel auch so ein Lavendelton drin, wo ich noch so ein bisschen schauen muss, äh, wie ich den am besten in mein Make-Up integriere. Dann ist sogar so ein Goldgelb dabei, was jetzt auf meinem Hautton wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein könnte. Wahrscheinlich passt es zu meinem Hautton einfach nicht. Ähm, aber so ein schönes Bronze ist drin, was bestimmt gut aussieht im Sommer, wenn man gebräunt ist. So ein ganz helles Beige-Champagner. Hier so ein Bronze-Champagner. Ein Rosé-Champagner. Äh, und noch so ein richtiges alt-rosa, ähm, bärige Highlighter. Also auf jeden Fall richtig interessant und kann ich kaum erwarten, äh, da ein paar Looks mitzuschminken und da einfach ein bisschen auszuprobieren. Wie gesagt, wenn ihr Highlighter genauso liebt wie ich, dann schaut euch auf jeden Fall diese Palette an. Bekommt ihr bei Douglas und bei DL. Und das war's auch schon mit meinem Drogerie-Haul. Das ist wieder einiges dazugekommen. Also so viel habe ich in den letzten Wochen und Monaten nicht geshoppt, wie ich jetzt in den letzten zwei Wochen geshoppt habe. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie habe ich irgendwie das Bedürfnis gehabt, da ein bisschen was auszuprobieren. Das kennt ihr sicherlich. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder einfach mal euer Feedback unten in den Kommentaren da lasst. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag. Macht's gut und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video natürlich wieder dabei seid. Und ja, bis dann. Ciao. Ciao.